Hallo lieber Challenger, hier ist die Shelia und es kommt jetzt sofort dein Impuls des Tages. In dem heutigen Video geht es um das Thema Verbindung herstellen mit deinem unsichtbaren Publikum. Das Wort oder dieser Begriff unsichtbares Publikum habe ich das erste Mal begegnet, als ich selber meine ersten Webinare gehalten habe und danach, als ich auch anderen beigebracht habe, Webinare zu halten. Und das Ding ist natürlich, bei Webinaren bist du geografisch getrennt von deinem Zielpublikum und du siehst vielleicht nur eine Liste von Namen und keine Gesichter. Und meine Kunden haben mich gefragt, ja wie schaffe ich das, dass ich nicht da stehe, was erzähle und das Gefühl habe, dass ich mit mir selber spreche. Bei Videos kommt eine zweite Komponente hinzu. Du bist nicht nur geografisch getrennt von deiner Zielgruppe, sondern du bist auch seitlich getrennt von deinem Zuschauer, von deinem Endverbraucher, von den Informationen, die du herstellst. Genau, das war eine Bestätigung vom Universum. Und weil das so ist, hast du gleich zwei Dinge, die dir vielleicht das Gefühl geben, dass du in Trennung bist. Ich bin hier und heute, um dir zu sagen, dass du gar nicht in Trennung bist, sondern dass du die Fähigkeit hast, Energie zu spüren, auch wenn du niemanden siehst und auch wenn sie das viel später anschauen. Ich spüre diese Energie. Ich spüre es ja auch jetzt, wenn ich gerade spreche und ich spüre es im Webinar und im Video drehen. Und ich sage euch zwei Wege, wie ich das hinbekomme. Mein erster Tipp ist es, eine einzige Person vor Augen zu haben. Entweder eine fiktive Person, was dein Wunschkundenprofil darstellt, das stellvertretend für deine gesamte Zielgruppe ist. Oder noch besser, eine physische, echte Person, die du kennst, vielleicht ein Kunde von dir oder jemand, der zu deinem Follower gehört. Und heute habe ich mir ausgeholt den Tom. Tom, ich weiß, du bist in Österreich, ich bin hier in Deutschland, das macht nichts. Also ich habe dich stellvertretend für die gesamte Gruppe heute rausgepickt und ich spreche mit dir. Das kannst du auch tun. Der zweite Tipp ist, dass du nicht einfach losschießt mit einem Video, sondern dass du vorher dich hinsetzt in Ruhe und dich besinnst auf das, was gleich kommen wird. Und dass du dabei dich in Dienst deines Publikums stellst. Und mich in dieser Position vom in Dienst stehen für mein Publikum, sage ich immer ein Gebet auf. Und die hört sich so in etwa an auf Deutsch. Führe meine Gedanken, führe die Gedanken der Personen auf der anderen Seite oder diese Person auf der anderen Seite. Lass das, was ich sage, das Richtige sein, was der oder diejenige hören sollte. Und eben lass mich im Dienst stehen. Also let me be of service für diese Person. Dieses Besinnen auf diese Sache bringt mich aus meinem Gefühl in eine Position, um die Energie zu spüren. Unabhängig von der geografischen Distanz oder die zeitliche Distanz. Es hilft mir. Heute haben wir wirklich alle Geräusche. Flugzeug, Baustellenarbeiter, Pferde hinter mir. Das ist alles nur Bestätigung. Und deine heutige Challenge ist das, das auszuprobieren, wenn du möchtest, wenn du es nicht ohnehin schon tust. Und mach dein Video in diesem Gefühl von Verbindung und schau, ob es einen Unterschied macht. Und berichte mir beim Posten deines heutigen Videos, ob du einen Unterschied, ob du diese Energie gespürt hast. Ich freue mich auf die Ergebnisse und über die Berichterstattung. Viel Spaß bei euren Videos erstellen. Tschüss.